Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News und Analyse. Und zwar werde ich heute einmal einen kleinen Vorbericht wagen zum Spiel Hertha gegen Bochum, welches ja morgen um 20.30 Uhr stattfinden wird. Und zum anderen werde ich nochmal auf Talente, Transfers und so weiter und so fort eingehen. Doch bevor ich damit beginne, noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne den Kanal, um auch von Zukunft nichts mehr zu verpassen. Unter anderem werde ich auch morgen das Spiel Hertha gegen Bochum in Form eines Live-Watch-Long-Stream. Das heißt schaltet gerne ein und ich würde sagen, starten wir jetzt sofort rein in das heutige Video. Und zwar geht es jetzt erstmal um die Rechtsverteidiger-Position. Die Rechtsverteidiger-Position breitet uns schon seit mehreren Jahren Probleme. Wir können es nicht schaffen, einen Rechtsverteidiger nachhaltig in das Team zu integrieren. Und jetzt möchte Hertha BSC hinten rechts umbauen. Zum einen gibt man einem Top-Talent aus der Hertha-Akademie endlich mal einen Profi-Vertrag. Dabei handelt es sich um Julian Eitschberger. Julian Eitschberger ist ein 17-jähriger Rechtsverteidiger, welcher natürlich aus unserer Jugend stammt. Er ist bereits schon seit, ja er ist gewechselt in der Saison 17, 18 vom SC Starken und ist dann jetzt bei uns, ja hat er sich nachhaltig in der Jugend durchgesetzt. Er sammelt zum Beispiel sehr viele Einsätze in der U9 Bundesliga oder sogar schon in der Deutschland U18 Nationalmannschaft hat bereits gespielt. Er ist ein sehr variabel Rechtsverteidiger, kann offensiv gut sich einschalten, aber auch defensiv die Stabilität bewahren. Hat jetzt zum Beispiel schon eine Vorlage in dieser Saison gesammelt und macht es an sich sehr gut und wird für die guten Leistungen belohnt mit einem Profi-Vertrag. Es ist wichtig, dass wir bei Verträgen jetzt aufpassen, denn wie wir bereits schon, ja leider mitbekommen haben in unserer eigenen Haut, haben wir mit Laza Zammatisch und Luca Netz zwei Spieler verloren, die wir keinem richtigen Profi-Vertrag ausgegeben haben. Das war ein sehr, ja vertragstechnisch kompliziertes Thema und wir müssen schauen, dass wir jetzt mit unseren Talenten besser umgehen, eine Perspektive anbieten, damit wir auch nachhaltig unsere Jugendakademie in den Kader einbauen und integrieren können. Ja, das ist aber nicht nur die einzige Änderung auf der Rechtsverteidigerposition, sondern möchte man sich komplett neu orientieren. Der Kicker berichtet, dass man bereits schon, dass man bereits schon einen weiteren Rechtsverteidiger an der Angel habe. Dabei soll es sich um eine zukunftstechnische Lösung handeln, möglicherweise ist auch eine Lösung aus dem Ausland möglich. Das heißt, man hat bereits einen Rechtsverteidiger an der Angel, der dann im Sommer zu Hertha BSC stoßen wird, um dort die Rechtsverteidigerposition neu zu füllen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass jetzt zum Beispiel der Profi-Vertrag und die neue Lösung möglicherweise ein Vertragsende für Peter Pekerik bedeuten können. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und bisher sind noch keine neuen Gespräche angelaufen und ich bin gespannt, ob dieser verlängert. Meiner Meinung nach ist natürlich Peter Pekerik in den letzten Jahren zu einer wahrlichen Identifikationsfigur zum Verein herangewachsen, aber die Frage bleibt immer noch offen, ob und inwiefern er Einfluss nehmen kann auf die nächsten Saisons. Und ich bin da gespannt. Zusätzlich ist auch noch fraglich, welche Rolle Deo Weisio Zephulc spielen wird. Deo Weisio Zephulc spielt aktuell bei den Blackburn Rovers als Stürmer und nicht als Rechtsverteidiger. Und es ist derzeit fraglich, inwiefern die Blackburn Rovers die Kaufoptionen, die diese gegeben haben, ziehen werden. Ja, was gibt es denn sonst noch zur Rechtsverteidigerposition zu sagen? Man muss sagen, dass man jetzt mehr Jugendspieler integrieren möchte. Ein anderes Beispiel ist dafür Anton Kade. Anton Kade stammt ebenfalls aus unserer Jugend, ist der Bruder von Julius Kade. Möglicherweise sagt er euch mal was, war einer unserer jüngsten Bundesligaspieler. Und grundsätzlich kann man zu Anton Kade sagen, dass er wirklich ein sehr gutes Talent ist. Er möchte sich jetzt bei uns im Kader, beziehungsweise er wird ein fester Bestandteil des Kaders von Hertha BSC, sowohl Trainingstechnik als auch möglicherweise zu einigen Spielen sein. Und könnte damit eine weitere Option für die Flügelposition sein. Denn er ist Flügelspieler und macht das wirklich richtig gut in der Jugend. Man muss sagen, er war dort ein Leistungsträger und lange Zeit auch sehr stabil. Ja, dann gehen wir jetzt mal auf das Spiel ein. Was kann man jetzt sagen zum kommenden Spiel? Ja, Hertha BSC spielt gegen VfL Bochum. Möglicherweise ist das ein sehr richtungsweisendes Spiel. Und man muss eben sagen, dass dieses Spiel möglicherweise eine Richtung für die kommenden Spiele angibt. Ob man sich im Mittelfeld stabilisieren kann, ob man Abstand halten kann von den Abstiegsrängen oder ob man wieder mittendrin im Abstiegskampf ist. Ja, wenn man vor allem auf die letzten zwei Spiele bluckt, dann sehen wir Enttäuschung und Frust und man möchte sich vor allem eine Reaktion zeigen. Man möchte schauen, inwiefern wir den VfL Bochum wie in der Hinrunde besiegen können. Grundsätzlich macht dazu Typhon Korkut einige Ausnahmen. Er sagt zum einen in der Pressekonferenz, dass es einige personelle Änderungen geben wird. Zum einen wird Marc-Oliver Kemp, unser Neuzugang auf der Innenverteidigerposition, in der Starte stehen, da man überzeugt sei von seinem Auftreten. Und man ist stolz bzw. zufrieden, dass man ihn geholt hat und eine weitere Option für die Innenverteidigerposition hat. Zusätzlich sagt Typhon Korkut, Zitat, wir glauben daran, dass Nick Stark und Marc gut miteinander harmonieren mag. Das wir hoffen uns einiges von diesem Duo. Das gibt halt auch schon mal Aufschluss, dass auch Niklas Stark wohl wieder in der Aufstellung von Hertha gegen Bochum stehen wird. Zusätzlich sagt Typhon Korkut, dass man stolz sei bzw. zufrieden sei, dass Stefan Jovetic wieder zufrieden ist. Dass er wieder eher fit ist und eine Option für die Starte gegen Bochum ist. Auch er wird starten. Er sagte, Zitat, gefühlt ist Stefan Jovetic wie ein neuer Transfer für mich. Ich hatte ihn nur kurz zur Verfügung vor seiner Verletzung, aber er hat gut trainiert und ist voll mit dabei. Ich denke, er wird morgen ein gutes Spiel machen. Und ich bin auch optimistisch, dass er morgen ein gutes Spiel machen wird. Und dann wird er mal schauen, wie sieht er denn eigentlich den VfL Bochum? Der VfL Bochum ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Wir sehen gegen manche Vereine wirklich liefern sie Topspiele ab. Zuletzt auch recht in Ordnung in Form. Und ich erwarte eine Mannschaft, die gut in der Bundesliga angekommen ist. Die sehr klaren Umschaltfußball spielen. Die mit sehr jede Menge Tempo und auch jede Menge Mentalität kommt. Unter anderem auch Eduard Löwen ist da eine Figur, die ich sagen muss. Und ja, Hertha BSC muss morgen sehr konzentriert sein. Man muss die Basics umsetzen. Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und vor allem muss man individuelle Fehler vermeiden. Denn diese haben uns vor allem in den letzten Spielen wieder enorm viele Punkte gekostet. Man muss trotzdem aktiv sein, Kombinationen warten, mutig sein. Und das vor allem, wenn man das Spiel gewinnen will. So beschreibt es Typhoon Korkut. Aktivität und Mut ist eines der zentralen Elemente für das morgige Spiel. Ja, gehen wir mal weiter. Typhoon Korkut sagt auch noch, dass man in der Länderspielpause die Qual der Wahl jetzt habe, sowohl während des Startelfs und während des Kaders rücken wird. Und da sehr viele Spieler aktuell fit sind, kaum Verletzungsausfälle haben, werden die Trainings- und Testspieleindrücke mit einfließen lassen, bei der Entscheidung, wer in den Kader gerückt wird. Die Mannschaft hat alles gut aufgenommen und wir sind bereit. Grundsätzlich möchte ich auch nochmal dazu sagen, morgen wird der zweite Torhüter Marcel Lotka sein. Lediglich Alexander Schwolo ist fit. Sowohl Körper als auch Christensen als auch Jahrstein werden morgen fehlen. Ja, was kann man sonst noch zu diesem Spiel sagen? Es ist, wir müssen, so sagt es Typhoon Korkut, zum Anpfiff wach sein. Wir werden morgen jede Sekunde in diesem Spiel drin sein. Man möchte unbedingt morgen gewinnen. Zusätzlich muss man auch noch sagen, Dong Zhongli wird in den Kader kommen. Er hat bereits eine Einheit gemacht und die war wirklich sehr brisant. Er hat brisant und wir werden überlegen, ob er morgen Kader dabei sein wird und das ist stark. Zum Abschluss sagt Typhoon Korkut, dass man Spieler geholt hat, die die Zukunft gehören. Sie bringen alle viel Tempo mit und das ist eine wichtige Komponente. Jetzt geht es darum, dass sie sich hier eingewöhnen und sich alle gut einleben. An dieser Stelle würde ich dieses Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Morgen ab 20 Uhr werde ich live dann das Spiel in Form eines Watchalons drehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, genießt den Abend und Tschüss!